Hallo Leute, ich bin es mal wieder. Weiter geht es mit dem Datenhaltungsprogramm in Java. Ja, also als erstes möchte ich mal kurz eine Ankündigung machen. Und zwar, ihr seid hier herzlich aufgefordert, auch irgendwelche eigenen Ideen reinzubringen in das Programm. Also ich werde es dann auch anpassen. Wenn ihr irgendwelche schlauen Vorschläge habt, wie zum Beispiel, macht doch eine Durchschnitts- oder wie viel hat der Kunde durchschnittlich gezahlt oder sowas, so eine Funktion, dann mache ich das natürlich auch. Was ich nicht machen werde, ist eine grafische Oberfläche, die dürft ihr euch selber zusammenbasteln. Das Ganze wird für mich eine Konsolenanwendung bleiben, aber ich werde das Ganze natürlich schön durchstrukturieren. Und wenn ihr Vorschläge habt, wie gesagt, werde ich die auch irgendwie einarbeiten. Dadurch kann es natürlich passieren, dass ich eure Vorschläge nicht von einem Tag auf den anderen einarbeite, aber vielleicht erst in dem nächsten oder übernächsten Video, aber das macht ja im Prinzip nichts. Und es kann auch mal passieren, dass dann natürlich nicht jeden Tag ein Video zu diesem Thema hier kommt, vor allem, da ich immer noch in der Prüfungsphase bin. Und ja, ich möchte dann natürlich auch in der theoretischen Informatik gerade das Zeug euch vorstellen, was ich für die Prüfung gelernt habe, bevor ich sie ja vergesse. Ja, also machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich hoffe natürlich, dass ihr fleißig Kommentare schreibt und mir dann irgendwelche Vorschläge macht. Gut. Okay, also wir haben das letzte Mal hier auf unserer Datenbank, die wir in den ganzen SQL-Videos, die ich gemacht habe, hier irgendwie drauf connected haben, indem wir hier erstmal die Klasse geladen haben, die wir gebraucht haben. Dann haben wir hier eine Connection erstellt in unserer Main. und hier dann eben den Pfad eingegeben, Benutzername und Passwort. Ja, ihr seht, mein Passwort ist das Root. Sehr spannend für die Datenbank, die wir hier nur offline zur Verfügung haben. Also ihr könnt da nicht wirklich viel kaputt machen, das ist das Tolle dran. So, und dann haben wir hier in unserer Main-Methode, die könnte ich eigentlich mal nach oben kopieren. Und das ist die Methode, die ich ja eigentlich was machen sollte. Vielleicht nicht vor die Variablen. So, und ich hoffe, ihr hört nicht, wie mein Nachbar gerade bohrt. Das wäre nämlich ziemlich traurig. Ähm, so, und dann haben wir hier unten eine Select-All-Anfrage gemacht. Das wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen verfeinern. Denn wir wollen ja nicht immer einfach alle, ähm, ja, alle hier haben. Wir wollen als allererstes mal, äh, hier eine SQL-Funktion uns schreiben. Das wird uns das ganze Leben schon deutlich leichter machen, würde ich mal so behaupten. Und deswegen schreibe ich hier jetzt mal eine Public Void, ähm, Execute SQL. So, und diese Execute SQL, die, ähm, die kreiert uns hier natürlich erstmal dieses Statement und bekommt ein String, ähm, den wir ausführen wollen. Dann nimmt sie uns das Result-Set und, äh, liefert das uns so zurück, wie wir es gerne hätten. Ähm, ich finde das Result-Set eigentlich ganz cool. Ähm, deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob ich das wirklich ändern möchte. Ähm, res.close bleibt da natürlich drin und das bleibt natürlich auch drin. Das heißt, wir können hier eigentlich fast mal alles kopieren. So, und, äh, dieses SQL, das brauchen wir hier nicht nehmen, denn wir haben hier schon übergeben. Okay, ähm, was wir hier auch nicht brauchen, ist natürlich das hier. Und was wir tatsächlich dann trotzdem brauchen werden, ist ein Return-Wert, nämlich ein Result-Set. So, ich finde das nämlich irgendwie cool, wenn wir hier, ähm, was ist denn hier das Problem? Achso, ja. Äh, ja, genau. So. Return Result. Okay, ähm, ähm, äh, ja, Result, Res, Res muss es heißen. So. Und jetzt ist natürlich das hier unten alles überflüssig geworden. Das wäre dann unsere Ausgabe gewesen. Ähm, und dazu mache ich mal eine neue Methode hier. Upsala. Public Void, ähm, Print Result. nimmt ein Result-Set, äh, R, und printet das hier einfach mal. So, jetzt kennt es natürlich Res nicht, aber es kennt R dafür. So. Äh, hier muss das natürlich noch, ähm, ein bisschen verfeinert werden jetzt aktuell. Äh, äh, was ist denn los? Achso, ja. Äh, Surround with Try and Catch, natürlich. So. Ähm, das Ding ist jetzt hier, wir haben ein Result-Set und wir haben eigentlich, also wir wollen die Methode so schreiben, dass sie möglichst flexibel ist und nicht hier auf, ähm, ja, ID, First Name und Last Name begrenzt ist. Und, ähm, deswegen würde ich mal so behaupten, ähm, es bringt uns was, wenn wir das Ganze, äh, verallgemeinern. Nämlich indem wir sagen, R, Punkt, und dann, ähm, können wir hier gucken, was wir für Methoden haben. Also wir können natürlich auch einfach mal so machen und uns so mal durch die Methoden, äh, durchwühlen. So, dann sehen wir hier als erstes Mal, Absolut, äh, gibt uns die insgesamte Anzahl an Zeilen. Die kriegen wir aber automatisch, wenn wir in dieser Weilschleife einfach weiter iterieren. Gut, After Last, naja, gut, das interessiert uns nicht wirklich, was danach kommt. Before First interessiert uns auch nicht unbedingt. Ähm, Delete Row kann man einfach eine einzelne Zeile noch löschen. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, ähm, jetzt kann man hier natürlich Get Array schreiben. Und dann bekommt man hier einfach das komplette Array zurück. Allerdings als, äh, ja, ähm, ja, man bekommt einfach das komplette Array zurück. Man kann auch einfach, also von der Spalte, also, das heißt, man bekommt alle IDs, man bekommt alle, also man kann hier auch über den Column-Label gehen. Ähm, man bekommt alle IDs, man bekommt, äh, wenn man möchte, alle Vornamen oder alle Nachnamen. Hier kann man das Ganze in den ASCII-Stream umwandeln, brauchen wir auch alles nicht. Ähm, brauchen wir auch nicht. So, so langsam wird's interessanter. Hier, ähm, Get Row, ähm, liefert uns, also für eine, also liefert uns einen bestimmten, eine bestimmte Zeile, die wir gerne hätten. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt die Zeile 7 hätten, ähm, dann können wir hier einfach, also wenn wir gerade in unserer Vile-Schleife in der Zeile 7 sind, dann können wir hier einfach Get Row aufrufen und bekommen die Zeile 7 zurück. Also den Index quasi von der Zeile. Okay. Äh, Get Statement brauchen wir nicht. Get String kennen wir ja schon. Da bekommen wir dann wirklich jedes von diesen Werten hier als String ausgegeben. Und, ähm, ja, ähm, Get Time und Get Timestamp bräuchte man, wenn man jetzt damit arbeiten würde. Ähm, von wann bis wann denn, also wenn wir einfach in SQL-Zeiten drin hätten, dann würden wir das tatsächlich hier als Timestamp zurückgeliefert bekommen, hier, wie wir sehen können. Also hier gibt's tatsächlich einen eigenen Datentyp dafür. Das ist natürlich auch sehr schön. Gut, also ihr seht, was ich euch gerade so ein bisschen zeigen möchte, so ein bisschen einarbeiten in dieses, äh, ja, in dieses Framework, das wir hier bekommen haben. Ähm, Insert Row, wir können sogar noch was einfügen. Äh, wir können, das meinte ich eigentlich auch alles nicht. Ja, wir können hier unseren ASCII-Stream natürlich alles updaten. Ähm, hier können wir wirklich wieder jedes einzelne Teilchen, also es gibt für jeden Datentyp, den wir in SQL haben, gibt's eine eigene Funktion. Können wir alles updaten. So, also, aktuell haben wir ja nur ausgelesen. Äh, reinschreiben, zeige ich euch mal anders. Ähm, ja, und, ähm, ja, jetzt wollen wir hier alles ausgeben. So, jetzt brauchen wir hier an für sich bloß, ähm, die Anzahl an Spalten. Also, ähm, achso, bevor wir das machen, lasst uns mal hier noch ein bisschen aufräumen. Ähm, hier oben ist ja immer noch dieses Close und so weiter dran. Also, wenn wir hier Race closen, dann haben wir ein Problem, weil wir wollen das ja zurückgeben. Unser Statement können wir dann logischerweise auch noch nicht closen. Ähm, ja, und, äh, die Ausgabe hier würde ich auch mal kurz noch ausklammern. Ähm, und jetzt ist da oben natürlich noch ein Fehler, denn wir müssen hier noch ein Return Null reinschreiben, falls hier was schief geht. So, ähm, ja, und jetzt können wir uns hier drum kümmern. Okay, ich zeige euch gerade mal, was passiert, wenn wir hier ein GetString aufrufen. GetString aufrufen, wenn wir hier eine beliebige Zeile, die es nicht mehr gibt, haben. So, dann, was, achso, ja, ah, richtig. Wir sind ja hier immer noch in der Main und sagen, immer noch das falsche M-Punkt. So, ähm, M-Punkt execute SQL select all from customer. So, das liefert mir jetzt ein, ähm, Result Set. Also, so ist es zumindest gedacht. Result Set R gleich. Und, ähm, das bekomme ich jetzt durch diese Anfrage hier, die ich ja hier stellen möchte, so. Und, ähm, ja, jetzt bekomme ich hier das Result Set und möchte das Ganze hier ausgeben. Und diese Ausgabe, an der arbeiten wir jetzt noch. Okay, also sagen wir M-Punkt, ähm, Print Result über R. Ja, so, und jetzt zeige ich euch, was da passiert. Wir kriegen dann Fehler, denn wir haben hier Column not found. Jetzt müssen wir aber also noch rauskriegen, was, ähm, die maximale, äh, ja, was die maximale Column ist, die wir finden können. Ja, und, ähm, das bekommt man eben über die sogenannten Metadaten von, ähm, ja, von unserem Result Set. Wir nehmen hier unser Result Set und sagen da einfach Get Metadata. So, und jetzt kann ich euch dann noch einen Haufen andere Sachen zeigen, ähm, die hier quasi für uns zur Verfügung stehen. Also Column Class Name. Da kann man dann eben auch, ähm, den Namen einer Column bekommen. Das werden wir gleich noch brauchen. Ähm, Column Count liefert uns dann logischerweise, ähm, ja, ähm, die Anzahl an Spalten. Column Label ist dann, ach, das ist das, was wir brauchen, ähm, ist dann der Name. Ähm, wir werden den Unterschied schon noch sehen, hoffe ich mal. Ich weiß ihn gerade selber nicht so genau. Ja, ähm, was wir aktuell wollen, ist eben Column Count. Hier, so. Äh, wo bin ich hin? Das war nicht geplant. So. Okay. Ähm, also sagen wir hier als erstes mal int max, äh, Columns. Columns. So. Und jetzt können wir diese, äh, die Dings da oben löschen. So. Und, ähm, ja, jetzt können wir hier drüber iterieren. Das heißt, wir sagen hier vor int i gleich 0, i kleiner max Columns. So was hier. I plus plus. Und, ähm, dann, das kennen wir ja schon. Sagen wir R Punkt, ähm, getString an der Column i. Und, ähm, packen wir uns hier oben noch ein Result String rein. So was hier. So, und dann wollen wir hier als erstes mal, ähm, unseren Print String, ähm, hinzufügen, wie das Ding heißt. Das heißt, wir sagen hier print plus gleich R Punkt, ähm, getMetadata. Das war ja in der Metadata Punkt. So, und jetzt probieren wir es einfach mal durch. Wir probieren hier als erstes mal den Namen. Ähm, die Column ist natürlich i. Und dann sagen wir hier R Punkt getString i. Ähm, das ist ja auch die Column hier. Genau so. Und dann sagen wir dann auch print plus gleich dem hier. Und zwischenrein packen wir vielleicht noch ein Leerzeichen. Ups. Print plus gleich. Na, was ist denn heute los? So. Und hier am Schluss sagen wir einfach System Punkt Out Punkt Print Line über Print. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier bekommen. Naja, Column Not Found 0. Das sollte wohl klar sein, dass wir hier bei 1 anfangen. Und dann hier bei My, äh, bei HSQLDB fängt irgendwie alles bei 1 an. So. Jetzt haben wir hier ID, okay, hier machen wir vielleicht noch ein Gleich rein. Also jetzt sehen wir hier ID gleich 0. First Name gleich, äh, ja dem hier. Also immer der Name von der Column und, ähm, 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 da brauchen wir dann natürlich auch noch ein Leerzeichen rein. Print plus gleich sowas hier. So. Und wenn wir hier fertig sind, äh, ja dann machen wir automatisch sowas rein. Genau. So. Äh, speichern sollte ich wohl auch noch. Genau. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier ID gleich 0. First Name gleich dem hier. Und Last Name gleich so und so. Brauche ich hier noch ein Komma rein. Äh, dann sollten wir das vielleicht hinten dran setzen. Okay. So, mit Komma gefällt es mir, glaube ich, besser. Das waren jetzt natürlich alles nur Schönheitsoperationen. Ähm, ja. Was wir jetzt hier haben, ist quasi eine Ausgabefunktion, die wir jedes Mal aufrufen können, wenn wir irgendwas ausgeben wollen. Und zwar abhängig von einem Result Set, aber einfach, ähm, das Result Set passt sich automatisch an und gibt uns quasi immer die Ausgabe zurück. So, diese Select All Funktion, die können wir jetzt uns quasi schenken, weil wir hier oben diese Execute SQL Funktion haben. Das sind quasi unsere Basic Funktionen, die einfach alles für uns tun und das Ganze, äh, handeln so ein bisschen. Ja. Und, ähm, weiter geht es dann, äh, weiß ich noch nicht genau, was wir da machen. Werden wir dann sehen. Und, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, liked oder abonniert oder, äh, kommentiert. Wenn ihr, kommentiert bitte immer, wenn ihr Ideen habt. Bitte, bitte. Das ist sehr wichtig in dem, äh, ja, in dem Programm jetzt. Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao. Wiedersehen. uana. Wiedersehen. Bye. sustainability. Budget. أيров